Hallo und Herzlich Willkommen zu den ersten Let's Play For Me auf diesem Channel und es heißt Hohohoho Aber so schaut Poe eigentlich nicht aus Warte Wo müssen wir noch Ups ich bin noch vorbei Wartezimmer da So So wir müssen Poe putzen Und dann noch Abwaschen So Poe ist eigentlich ein Alien Keine Ahnung Von einem fremden Planeten Für uns gekommen Oh Gott mein Poe geht es schlecht Es gibt einen Kirschout, man kann sich da verschiedene Sachen kaufen Frühstück, Süßigkeiten, Snacks Und ein gesundes Früchte, Gemüse, Suppen, Sushi Und andere Zeug Suppen Die kosten was Und da oben da hat man das Geld Und hier Das erste Video werde ich dazu nutzen Und dann das Es Ein Licht Das Was man Will Und ich 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 sehe es nur daran Die Kamera aus Wie ich das So lohnt Es geht schon nicht Die Mützen da oben Da oben sieht man das Gelbe mit dem grünen Plus Jetzt kommt man mit 69 Und das ist schon mal gut Jetzt Poe hat verschiedene Level Mein hat Level 26 Dann mal weiter Ja Man kann auch Verschiedene Spieler spielen Bei Poe Dann gibt es das Spiel ist Diejump Da bin ich auch schon recht gut Der von der 9 Zeugzeug einfach einmal Es ist Gerade ganz schlecht Dass ich Das ist nicht genug Nicht muss ich das irgendwie nochmal ändern Aber Das ist nicht besser Also Handy Duckelchamp Das ist genau so Egal Und da kommt man halt Dann in den Himmel Weltraum Und weiter Weit Freefall Da hat der Gerne Gitti Und das ist eigentlich Der simpel Da Die Mützen einsammeln Und die Wolken Geht Ja Das ist das Spiel Aber Und dann hat die Wolken Das hat man nicht berühren Aber ich mache das jetzt einfach Ja Beachvolleyball Das spielt Die muss man so nehmen Das hasse Und ich verspreche dass ich glaube ich nicht mal einen Punkt hole aber da kann man irgendwie gar nichts richtig machen was man von mir gewohnt ist das Video Ich werde dir mal sehen dass das bei mir Gewohnheit wird das ich gar nichts richtig mache Ja ich habe einen Punkt gemacht jawoll Jawoll Ey spring Ich zittere auch schon langsam das ist nicht gut meine nerven sogar tritten aber egal das mache ich doch gerne für null abonnenten Es ist eigentlich egal dass ich null abonnenten habe ich mache das wirklich nur zum spaß Das wollte ich nochmal wie wir lesen wie gesagt habe nur aus spaß würde ich das machen Auch und ich lass es jetzt mal öh man kann da nicht aufhören Ja super Egal Egal Ahja wenn man viermal den ball bewirkt gibt es ein foul Was ich noch sagen will wo schaut normalerweise nicht so aus man kann ihn verschiedene sachen kaufen Ey jetzt habe ich Oh Gott Oh Gott Er hat ihn gerötet aber nicht genug Oh mein Arm Ja und ich nehme es in der Nacht hier auf Und Man hat sich auch schon gewundert wieso ich nochmal runter gehe Ja und Hm Hat sich stark gewundert So Und wie ich nochmal sagen wollte der Pau sieht auch anders aus er ist eigentlich braun Man kann ihn verschiedene Klamotten umzukaufen Und wenn es Wie ist es? Man kann ihn Brillen kaufen Sogar eine Spiegel kann man ihn kaufen Und die Führer neunacht Jetzt aber Und gewonnen Da zum Beispiel sieht man dass ich Kohle gewinnen Ich habe hier 27 Au Coins gewonnen Ja und schauen wir mal weiter es gibt sogar Wie ist es denn Ich habe hier So, Po kann man eigentlich auch aus Haustier so benutzen, wenn man keines von seinen Elfen bekommt. Ja, und dann den Status von Po. Essen 99%, Gesundheit 90%, Spaß 100% und Energie 96%. So, das ist alles im grünen Bereich. Also, man sollte halt nicht bei Po alles runtergehen lassen, so wie ich es manchmal getan habe. So, bei Po gibt es auch noch andere Räume, das Schlafzimmer, die Halle, Küche, äh, Mann, ey, Küche und das Badezimmer. Das Labor gibt es auch noch. Ja, und man kann halt in den verschiedenen Räumen Tapeten kaufen und ich will euch jetzt mal den Job zeigen. Hier kann man Po, umeinander, man kann in einem Bad laufen, Frisur, Augen und Körper sogar ändern. Das ist ziemlich cool. Dann, in der Halle kann man auch nach außen gehen, da kann man Blumen gießen. Ja, da kann man diverse Spiele spielen. Man hat auch ein Haustier. Ja, das Haustier hat ein Haustier, die Originelle. Und man kann sogar auch noch Fotos schießen. Ich will jetzt einfach mal und weichholtz. So, gehen wir wieder ins Haus. Ja, da wird jetzt mal Achtung und in den Schnelldurchlauf alles gezeigt. Aber, also wenn Po einmal krank ist, kann man nicht, egal, das kann man nicht kaufen. Aber die 2 Achtung, das kostet richtiges Geld. Und man kann in einen Hungertrank kaufen, dass man Hunger bekommt, keine Ahnung wieso. Ein Maximaltrank, dass er den Status wieder auf 100% alles bekommt. Und ein Fettverbreinertrank, das den würde ich euch noch zeigen. Die Küche, er ist in Suppe. Und, ja, geben wir ihm das los. Ich gebe ihm das next. Ich hab's ja gerade gehört, wenn man das nicht haben will, dann sagt er, na. Aber, wir wollen, dass er das ist und man kann ihn auch zwingen dazu. So, und jetzt kaufen wir ihn einen Fat Burner. Er ist ja jetzt ziemlich dick geworden. Ah, das haben wir ihn gestreichelt. Ja. Okay, und auf einmal ist er wieder dünn. So, und wenn er jetzt, zum Beispiel, den Status Energie, soweit er unten hat, kann man das Licht ausmachen und dann flägt er. Jetzt, weil die Energie, der oben ist, braucht er nicht schlafen. Das ist eh gut. Und jetzt bin ich rausgegangen. So, im Stuhmkopf bin ich. So, da kann man reden. Hallo, Po. Er will gerade nicht. Ich brauche mal einen Rapper, aber man lässt sich lieber nicht mehr. Der Shop kann ich auch noch ihm Bälle kaufen. Ja, da hat er gerade gesagt. Das kann man ihn auch Spaßvoll machen. Und zu kaufen wir ihn einfach jetzt mal einen Ball. Kann ich nur einen Volleyball kaufen. Oh, dann habe ich aber kein Geld mehr. Kaffeein einfach mit Dennis Bats. Ja, egal. Ja, bei Po will ich eigentlich mehrere Folgen machen. Dauern wir die 15 Minuten. Diese dauert jetzt so 11 Minuten. So, und ich muss dann überlegen, was ich dann euch noch vorstellen kann. Ich stelle euch noch vor, was man alles gibt. Getränke, Wassermilch, Milchshakes und so. Am Nachtisch gibt es Eis, Donuts und Muffins. Kuchen gibt es auch. Fisch. Ich hasse Fisch. Das kenne ich nicht mal, weil ich es nicht mache. Sushi, kann das nicht deiner sprechen. So, und hier habe ich ihm vorher schon gegeben. Gemüse. Oh, verschiedene Arten von Gemüsen. Früchte. Lecker, lecker. Ungesundes gibt es. Bumbling, Pommes, Hot Dogs, Burger. Snacks gibt es. Faiseln, Kinder. Aber Gebäck. Süßigkeiten. Und Frühstück gibt es auch noch. Okay. Ich darf ihn einfach jetzt mal nicht, weil ich bin so amitial. Dann, bei den Spielen zeige ich euch noch, wie die Spiele, also es gibt viele. Man kann auch Online-Spieler spielen, gegen Freunde zum Beispiel, aber ich habe ja keine Freunde. Und deswegen ist es nicht so optimalt. Ja, der Pou hat eigentlich sehr viele Spiele, die es schon gibt, nur mit einer nie reinen Form. Zum Beispiel Skyjump ist der von Doodlechamp. Volleyball von Volleyball. Jet Pou ist vom, wie heißt das Spiel? Ich weiß gerade nicht, das heißt, ihr werdet es sich gewissen haben. Hill Diving, Hill Camp Racing. Ich weiß, das ist gar nicht so komisch. Ja, Goal, Firepower. Pou Sound, das habe ich mal bei Schlagzeug und Rat gespielt. Ja, ich habe Schlagzeug und Rat gespielt. Ja, man kann jetzt verschiedene Poustos mit ihnen machen. Na, jetzt hat sie ja auch schon super. Teilen, löschen. 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 Ich will es nicht lassen. So, weg da. So, das ist doch geil. Speichern. Und ich gehe schon wieder raus. Oder? Nein, doch nicht. Bin ich rausgegangen. Yeah. Okay, ja. So, und ich möchte euch noch, eure Meinung eigentlich, wissen, wie jetzt so entsteht, dass ich jetzt Pou spiele. Das ist für euch scheißegal und werdet sowieso nicht gucken. Oder? Schaut es euch her. Diesen kleinen Racker müsst ihr doch mühen. Und wenn euch Pou nicht so gefällt, ich kann ihn auch anders werden, wisst ihr nur in die Kommentare und schreiben mir. So, das war es eigentlich schon. Oh, 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 oh. Oh.